So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Max Out Monday. Ihr seht, Pupsi hat Wäsche gemacht, das heißt den einzigen Pullover, den ich mitgenommen habe nach dem Umzug, den hat sie jetzt gewaschen und den habe ich wieder an, deswegen steht jetzt hier wieder Oettinger drauf. Die hat dann natürlich, nachdem sie ihn gewaschen hat, auf eine Kiste gelegt und auf eine Kiste hat auch der Adi gelegen und jetzt als ich den angezogen habe, waren da 5000 Katzenhaare dran hinten und ja, also eigentlich ist er schon wieder, aber das stört mich ja nicht, bin ja kein Katzenallergiker. So, wir wollen jetzt Max Out Monday machen, bei mir ist heute Montag, Dienstag bin ich nicht da und ich werde das am Montag aufnehmen für Dienstag, dass ihr das am Dienstag seht, weil am Montag war ja auch Raid-Boss-Wechsel und Caputoro kam in die Raids und deswegen, ja, was haben wir? Wir haben einen Titel Pokémon, ich versuche ja meistens was Besonderes, ne, hier die Spoofer mit ihrem Snipen und ihrem Hunderter und was weiß ich und keine Ahnung und der Ramses mit seinen komischen Raid-Legendären, die er entweder raidet und dann durch Zufall Hunderter kriegt oder eben tauscht und 180 Glücks-Trades machen muss für RegiEyes, um endlich das Hunderter zu haben und wir haben es geschafft, wir haben 100% RegiEyes, wenn ich hier also 4 Sternchen und RegiEyes eingehe, boah, guck mal wie gut das aussieht, guckt euch das an, deswegen habe ich die ganze Zeit gesagt, RegiEyes fehlt noch, ich habe RegiRock 100% Level 50, ich habe RegiSteel 100% Level 50, ich habe RegiGigas 100% Level 50 und noch 3 mit Wetterbrust 100%ige und endlich habe ich durch den Tausch mit Bierbenny ein 100%iges RegiEyes bekommen und das Besondere daran ist, der hatte keine Wetterbrust, der war auf Level 20, am C-Day war aber die Aufgabe, dass man 10 Power-Ups machen soll und dann habe ich am C-Day im Stream schon mal das gepusht und da ich 10 Power-Ups gemacht habe, ist der 5 Level höher, ist also nicht mehr auf Level 20, sondern 25 und mit Level 25 hat er genau 22,30, was der Wetterbrust 100er wert ist. So, und das ist mein Titel-Pokémon und das werden wir jetzt hier Power-Uppen bis zum Maximum und das kommt auf 3530, 1300 glatt hat es dazu bekommen und da bin ich jetzt ganz stolz drauf, dass ich das fertig habe. RegiSteel, RegiRock, RegiEyes, RegiGigas, alle sind fertig, können wir nochmal zeigen, hier so fürs Thumbnail. So, das ist ein Thumbnail und gleichzeitig seht ihr hier auch nochmal, wenn das nach WP sortiert ist, 4913, der ist richtig fett, dann 3530, 3530, die haben nämlich genau beide gleich und der schwächelt hinten raus mit 2766. Max out Monday, wie immer, aber auch 5 Vorschläge aus der Community, ihr solltet abstimmen, ihr solltet Kommentare schreiben, welches Pokémon ich noch maxen soll, was gerade frisch in einem Event dabei ist, was euer Lieblings-Pokémon ist, wo ihr aufgepasst habt und wisst, dass mir genau das noch fehlt. 6 Pokémon bei Max out Monday, 1 von mir bestimmt, das war das Titel-Pokémon und 5 von euch, deswegen gehen wir direkt mal rüber auf die letzte Max out Monday-Folge, gehen auf neueste, wischen bis nach unten, dass wir sehen, wer hat den ersten Kommentar gemacht und was passt und was passt nicht. Voraussetzung natürlich, ich habe ein 100%iges und genügend XL, um das zu maxen. Henry schreibt, Hopspros bitte für die Familie. Jetzt geht man mal hier ein, 4 Sterne und Hopspros. Er hat es sich leicht gemacht, denn ich habe beim letzten Mal gezeigt, dass Papunga schon auf Level 50 ist. Hubbelupf ist auf Level 50, Hopspros hat gefehlt, aber Hopspros für die Familie, dass das auch fertig ist und nichts mehr aus dieser Familie genannt werden kann, hat jetzt auch hier sein Level 50 Tag bekommen. Also Henry ist der Erste, 4 Vorschläge stehen noch aus. Jochen Strehl schreibt, Rethan und jetzt... Jochen ist immer so eine Kanone, Arbok 50, Rethan 50 und gefühlt unter jedem zweiten Video schreibt Jochen, Rethan und Arbok. Und dann wieder Arbok und dann wieder Rethan. Also Rethan ist schon fertig, also es fehlen immer noch vier Leute. Miku schreibt, Riolu. Können wir gleich abkürzen. Ich habe kein 100%iges Riolu, wenn ich hier Rio eingebe, ist da nichts. Mein Bestes ist 98er Glücksshiny. Besser habe ich nichts. Auch beim Brüten jetzt im Osterevent habe ich keinen 100er bekommen. Irgendwann kommt Mega-Lucario in die Mega-Rates. Da wollte ich eigentlich auf 100er Hand gehen jetzt durch die Fan-Rates und die Abschwächung und die Verdoppelung der Preise. Weiß ich nicht, ob das dann überhaupt noch möglich ist und ob man das machen sollte. Es stehen immer noch vier aus. Miku sagt auch Muschas. Dadurch, dass Riolu nicht ging, er aber Muschas vorgeschlagen hat. Und Muschas ist eine Sache, wo viele Leute immer sagen, Max doch mal ein Aus-Doss oder ein Muschas. Jetzt war Muschas Rampenlichtstunde. Endlich ist es möglich, ein Aus-Doss zu maxen. Denn ich möchte bitte erstmal die Endentwicklung, dass wir sehen, wie hoch das kommt. Das ist jetzt Aus-Doss von 2366 auf 2880. Es sind noch 234 XL übrig. Man könnte nochmal 100 umwandeln für Muschas. Möchte ich jetzt aber nicht. Ich mache erstmal hier diesen. Dass wir endlich das Aus-Doss gemaxen haben, was nicht Aus-Doss heißt, sondern Paul-Loss. Weil der Paul damals unbedingt wollte, dass wir das so nennen. Trotzdem, Miku hat gepasst. Zweiter, drei sind noch übrig. Ab ins Tierheim. Denke, man könnte Hubelupf maxen, wenn du das noch nicht hast. Nee, Spaß. Max mal ein Pummeluf. Pummeluf. Wir drücken drauf. Pummeluf. Knuddeluf ist gemaxed. Pummeluf ist nicht gemaxed. Pummeluf können wir jetzt aber noch maxen. Auch Level 50 ist der dritte Vorschlag also von der Community. Wir machen den Level 50 Tag dran. 818 WP und zwei stehen noch aus. Da kommt die Frau Wöllner. Wünscht sich ein Oster-Video mit Marie, die das Osternest sucht. Das werde ich das gefilmt. Das hätten sie bei Mitten im Leben hochladen können. Dann haben wir Purga Hanna. Ich würde ja mal Slimer vorschlagen. Und das sieht ja noch karg bei dir aus. Wird Zeit für eine neue Folge 7 Tage 7 Stops. Wenn irgendwann mal die Sonne scheint. Zufällig fängt sie gerade an zu scheinen. Und wenn wir irgendwann mal wirklich die alte Wohnung ganz weg haben. Am 2. Mai ist die Wohnungsübergabe. Dann hat man vielleicht auch Zeit, hier mal spazieren zu gehen. Die Umgebung mal auszuchecken und zu schauen, was da noch ist. Jetzt hat er Slimer vorgeschlagen. Da habe ich natürlich ein Problem. Und zwar, wir haben ein Slimer auf 50 gepusht. Wir haben auch ein normales Slimer. Haben wir noch nicht auf 50 gepusht. Dieses Slimer haben wir auch nicht auf 50 gepusht. Kommt das genauso? Ich habe so viele Slimer XL. Das Lustige ist, wir haben jetzt hier einen 100% Krypto-Slimer. Das wäre für mich aber dann wieder ein Titel-Pokémon, was ich machen möchte. Wir wollen einfach mal den Vergleich zwischen dem Slimer und dem Alola-Slimer. Das ist die Weiterentwicklung vom Slimer. Wir ziehen das jetzt einfach mal hoch. Slider, Slimer. 3117. Und vergleichen mal mit dem normalen, mit dem Kando, wie viel das dann hat. Wo ist der Tag? Hier ist der Tag. So, dann hat er keinen Slimer, aber einen Slimer-Mock mit Regenbogenfarben, was richtig toll aussieht. 3117. Und das hat genauso viel wie das Kando mit 3117. Obwohl, dass sie irgendwie fetter wirkt und dass sie irgendwie kleiner. Männlich, weiblich passt. Das heißt, ihr könnt immer noch Slimer vorschlagen. Schlagt Slimer vor. Dann wechse ich erstmal die ganzen normalen und dann irgendwann wechse ich das Krypto und dann bin ich auch fein raus. Ein Vorschlag fehlt noch, oder? Die schläft. So, Fallaropa 3. Bundle B. Das ist ja recht neu reingekommen. Bundle B. Wir haben hier Wommel. Wir haben 825 Wommel. Zweimal. Wir haben einen. Beides sind weiblich, so wie es aussieht. Das heißt, wir werden das höchste Wommel maxen auf 1004. Aber weil wir ja Endentwicklungen maxen wollen, es sieht so süß aus, oder? Guckt doch mal, wie süß. Werden wir das natürlich noch entwickeln für 50 Bonbons und machen aus Wommel ein Bundle B. Dann ist der letzte Vorschlag weg. Das hätte theoretisch auch ein Titel-Pokémon sein können, wegen aktuellem Event und so weiter, dass man sagt, ja, das ist das Event-Pokémon gewesen, das nehmen wir als Titel-Pokémon, aber ich wollte unbedingt das Regie-Eis maxen. Und für euch wäre es ja dann leichter, wenn ihr ein Bundle B-Vorschlag, wenn ihr wisst, dass das gerade ein Event war und man dafür sammeln konnte, und müsst nicht irgendwelche anderen Sachen rausziehen, die alt sind. Das kommt auf 2488, kriegt hier jetzt auch den Level 50-Tag noch dran und ist damit das Ende von der heutigen Max-Out-Monday-Folge. Ich gucke nochmal ganz kurz rein. Da stand noch Albus, Konsti, Relaxo, Tobias Reuter, Tobias Reuter, Niklas Heinze, Benjamin Engel, Samuel Prokop, The Postman, Niklas Mann, Badu, Falco Otto, Laura May, Schmark, Niemals, Ki-Royal, Blondbart, Zockt und, achso, Borgi, Ich-Ich und Schenaia. Wer nicht drangekommen ist, nicht traurig sein, macht eure Vorschläge wieder unter dieses Video. Und dann sehen wir uns nächsten Montag wahrscheinlich dann wieder für die nächsten Max-Outs. Denkt dran, es kommt wieder ein Event, vielleicht will ja jemand das Event-Pokémon vorschlagen und schlag ganz viele Slimer vor am besten. Vielleicht kann ich Slimer dann, falls nichts Cooles passiert, versuche ich dann zu denken, dass Krypto-Slimer als Titel-Pokémon so machen beim nächsten Mal, dass das weg ist. Bis dahin, Peace out vorhaut, euer Ramses. Hört ihr den Adi, wie der schon wieder die halbe Wohnung auseinander nimmt?